Mal gucken, ob der hier irgendwo ausgeschildert und markiert ist. Objekt für dich. Naja, nix. Aber vom Sinn her wird's schon hinhauen. Hm. Dann komme ich hier in eine Matte. Machen wir erstmal das, was alles aufgedeckt ist. Vielleicht finde ich ja noch einen Rötler-Informanten. Dann finden wir ja das ja noch. Ich krieg nur das mit dem Gleiten über dem Wasser hin, ne? Das ist noch so ein dünn Pfiff. Das müssen wir einfach nur hacken. Hast du, ich muss in einen GC-BD reingehen? Ja, okay. Machen wir noch. Ich hol jetzt erstmal die Sachen hier draußen. Ja, ich könnte mir denken, dass das irgendwas mit Gordons Parkplatz zu tun hat. Das ist im Gebäude. Das Ritzel ist auch im Gebäude. Das ist wahrscheinlich, äh, von Mr. Freeze was. Und das war doch hier. Das sah aus, als ob da noch was anderes wäre. Ja, hör mal. Du hörst, wie alles den Bach runtergeht. Ah, ja. Bäm und Bäm. Diese Rätsel dafür bin ich immer zum Geduld. Ja, deine Mutter. Na, hey, ich bin ganz hochgelaufen. Langsam. Nun ist tot. Dass ich das noch erleben darf. Fass mich nicht. Hey. Hey. Das hier ist schlimmer als jeder Knast und ich hab sie alle gesehen. Sag mal. Holy shit. Ich wusste, dass das passiert. Warte mal. Zehn mal. Wie lange das braucht. Okay. Immer 30 Sekunden. 21, 22, 23. Warten Sie denn noch? Müssen Sie erst ein anderes Gefängnis bauen? 21, 22, 23. Oh, nee. Hey. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Hallo? 23. Hallo? 23. 22, 23, 23. Ich bin nicht vorwärts gelaufen. Was denn? Was denn? Was denn? Was mein Stick? Jetzt kommt der Mist. 21, 22, 23, 24, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22. Das ist jetzt kürzer. 21, 22, 23, 22, 22, 22. ich soll ins gebäude rein ja wie gesagt ich hole es noch nach dass wir jetzt machen wir wie sie spaß genau die nail ist der erste schritt das wir nicht machen wollen alles ja das war das mitzess Brauche ich vermutlich für irgendein Ritzen. Ja, das ist gut. Was ist das? Das kann man nicht verkürzen, gell? Ich hab vergessen, wie das Reh zu kriegen. Beziehungsweise wohl die Trophäe sein sollen. Die ohne so ein Trophäe ist. Kein Plan. Was könnte das für ein Rätsel sein? Zählt als Industriegebiet, wo ich bin, ne? Hm. Ihr sagt davon gar nix. Ich entferne mich immer weiter. Wo soll denn dieses Rätsel sein? Ja, super. Ich werde meinen Hirsch. Ah. Das hätten wir. Nervt mich mal nicht. Ich wollte jetzt gucken. Ich muss irgendwo noch ein Trophäe sein. Boah, die sieht man. Ich bin ein Trophäe sein. Hey. Verkliss. For real? Was ist denn angezeigt? Was ist denn die? Stellungskonsole. Hä? Laut... Laut... der Map. Was mach ich denn? Laut der Map. Hey. Ist hier irgendwo... Hallo? Die Trophäe. Boah, das Wasser geht mir aber auf den Piss gerade, ne? Ich habe eben was gesehen. Oh, ich bin so ein Honk, wenn das stimmt. Ja, komm. Ja, komm nicht. Dann kann ich dir nicht einfach da rüberspringen. Man kann nur. Von mir geht jedes Mal meine Energie drauf, ja? Ach ne, das war nur das, wo ich eingebrochen bin. Ja, kein Plan. Dann, äh... Komme ich da ein andermal hin. Wir haben ja noch genug eins zusammen draußen. Mal kurz was trinken. Ekelhaft das Wasser. Er ist getrinkt. Kein Wasser in Scholle. Ich kann hier... die ganze Zeit in Wärme. Bah. Mal kurz was mein liebes Glättofee. Mal kurz was mein liebes Glättofee. Ähm, ähm, ähm. Er ist wahrscheinlich hier unten drunter. Ich bin der Batman. Bumm. Bumm. Wo du auch bist. Bist du beschränkt, oder was? Was? Anziehen. Einmal anziehen. Was ist das denn? Was? Ja, ich bin der. Einmal anziehen. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? reicht jetzt neben dem gebäude das sind ja wenigstens gescheite versteckte und ich hatte ich verstehe das ist so haut in lukas reicht doch nicht da musst du in einer höheren position bliegen wahrscheinlich von den türmen da drüben die ich mal hoch so so das ist schon im oberen tunnel das könnte noch hier draußen sein und dann haben wir da noch ein rätsel hinter mir you fooled me Wahrscheinlich stellt sich die Elektrizität ab, so wie ich das da geknackt hab. D, Spiricum. Sag ich schon. Moins. Damit, was ist hier so los? Schau mal. Ah, wieder eine Wand zum Durchfliegen. Oh. Oh. Ich muss da durchfliegen und auf den Boden nicht fliegen. Ah, zieh. Mach nicht, sonst fliehst du als nächster raus. Irgendwie muss das noch gehen. Wenn man dann noch auf den Roten landet, dann schließt sich's wieder. Okay. Da ist die nächste. Es ist mir egal, wo du bist. Irgendwas finde ich dich und dann mach ich dich kalt. Nur zu. Irgendwas weiter dann Yo- Ich wusste ja nicht, dass hier auch gepanzert ist, äh, ne warte mal, das ist gar nicht mein Trophäe. Was soll der Bullshit? Da müssen wir aus einem Eis, 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 bam, da, 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 da. Hä? Okay, ich denke, aber wie komme ich da rein? Was hast du? Der wollte irgendwas, hab gemuckt. Wie komme ich denn da rein? Achso. So einfach war das gedacht. Was war das denn? Ich hab das Abschlussstreich gelesen. Hey. Wenigstens darf ich hier bei dem Spiel die Karte aufrufen, ohne angegriffen zu werden. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist ein Normalitypenschuss. Die normalen Typen in Schuss waffen. Zwei auf einem eigentlich, im Prinzip, wenn man so will. Was ist mit der Mauer, Basti? Warum sind die hier so viele Typen mit Schusswaffen? Die sollen jetzt so mücken. Was? Komm her, Trottel. Gleich fällt er. Ich bin sicher, dass es von da kam. Soll mir das etwa Angst machen? Sagt der andere. Ich habe keine Angst zu dir, hörst du? Ich habe keine Angst. Oh Gott, Leute. Hier ist noch einer von unseren Leuten. Woher zum Tag ist er? Mann, ich habe diese Bullshit schon zu oft gehört. Das ist die blöde Fledermaus. Ich wollte gar nichts von euch. Wohl zu feige, um hier unten mit mir zu kämpfen. Wohl zu feige, um hier unten mit mir zu kämpfen. Und dann geht es noch einmal. Ich habe keine Angst. Wenn ich das hier nur mit einer anderen Reihe habe, dann bleibe ich sehr. Wie lange lange? Weil ich mich da war. Ich bin dann aber nicht. Ich bin dann aber nicht so. Ich bin dann aber nicht. Und dann habe ich mich von mir, wie ich nichts mehr. Ich bin dann aber nicht. Wenn es hier unten nicht ist, muss es hier oben drauf sein, oder? Achso. Shit, ich habe mir nicht gemerkt, welches ist. Ich glaube, oben rechts. Hey, das war sogar richtig. Cool, das war eigentlich mehr geraten, aber auch egal. So, was haben wir noch? Kann sein, dass die in Wunder City sind. Wunderbar! Das sieht nicht genau aus, das ist noch hier. Noch hier auf der Seite ist. Sondern eher hier im U-Bahn Wartungsgang, ne? Ja, okay. Wollen wir mit dem Start weg mal schauen? Ja.